Küchenplaner. Warte mal, Küchen, Küchen, Küchen. So, wir fangen damit an. Wir machen es schlecht. Und dann fangen wir doch nicht damit an, sondern wir passen die hier an. Ist das passt, dass das passt? So, dann. Nein, obwohl so eine kleine Ecke macht ja nichts. Vor allem kommt er ja nochmal. Ach komm, so. Ja gut, das darf er jetzt. Hä? Moment, wieso? Na dann lass mich doch in Ruhe. Warum? Kannst du mir das erklären? Das wiederum geht. Und nochmal, hä? Wie, noch dreimal? Eins. Zwei. Drei. Und dann noch zwei davon. Was willst du, mein Schatz? Und jetzt willst du mich halt völlig verarschen, ne? Den stellen wir dann einfach, um diese Ecke noch mehr abzugrenzen. So, die Abzugshaube. So, da haben wir natürlich nicht dran gedacht, außer dass der Herd kommt dahin. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Hängen in der Küchenschrank. Alles klar, jetzt wird's völlig bescheuert. Ja, darin haben wir nicht gedacht. Das Induktionskochfeld muss dahin. Das funktioniert. Wir haben's doch geschafft. Irgendwie. Barhocker? Dann macht das plötzlich Sinn. ergibt. Wie hieß denn der nochmal? Kaffeemaschine. hier. So, Kaffeemaschine stellen wir so dahin. Die Kräuter kommen... Die Kräuter kommen... Und jetzt kommt's... Und da ich jetzt selbst koche, seit einiger Zeit, wird's jetzt ganz wichtig. Hier, Messer. Ich hab das immer für Geschwätz gehalten. Ne? Der Koch und seine Messer. Der Koch und seine Messer. Ich sag's dir. Zack. Haken für Küchenutensilien. Muss man das irgendwo dranhängen? Ja. Ja. Können wir's hier? Oh, super. Zu hoch. Ach, egal. Pampasgras. Mhm. Ja. Ja. Pampasgras. Ja. Ja. Pampasgras. Ich. Ja, schön. Brotdose Minut. Kommt neben die Kaffeemaschine so das, ja. Kombi-Container. Wie groß soll der sein? Da. Da ist Müsli drin. Und Zucker. Aha. 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 Das ist ja krass. Gut. Jetzt kommt hier der Lego an. Der kommt da hin. Oh. Ja. Bitte wo? Bitte was? Der kommt. Moment. Moment. Ich muss mich irgendwo hin stellen. Okay. Okay. Öffnen. Da ist aber gar kein Leguan drin. Okay. Sie liebt ihren Leguan. Gut. Klassischer TV-Schrank. Hm. Es heißt ja immer Leguan oder TV. Ne? Freistehende Säule. Ah ja genau. Das ist damit auch bei Netflix mal. Ne? Gibt es ja auch mal Musikfilme und so. Oh. Oder hier. Hm. Nicht, dass das jetzt eine Aussage gewesen wäre. Das helle Sitzkissen. Ähm. Wollen wir das an den? Noch eins. Okay. Okay. Das kommt irgendwie verbunden mit dem Leguan, dass man da auch gemütlich Leguan gucken kann. Der Kaffeetisch. Der kommt dann einfach hier hin. Ein Esstisch. Noch. Ein Esstisch. Trotz allem. Dann ist der halt im Weg. Das heißt also. Ja. Mhm. 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 So. Wie groß ist der? Den wollen wir. Den wollen wir. Eben ging es doch dahin. Ah. Den wollen wir nochmal. Dahin. Na eben war es doch. Dahin. Ist doch egal. Noch ein Pampasgras. Das kommt dann nicht drauf. Das kommt da auch nicht drauf. Das kommt da auch nicht drauf. Das kommt hier in den. Ah. Das kommt nirgendwo hin. Ja. 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 Das Alpenfeilchen. Das kommt. Es wird gespeichert. Tatsächlich dahin. Das geht. Und das ist der Rahmen. Und das ist der Rahmen. TV. Kommt. Auf das. TV. Möbel. Möglichst. Möbel. Ich muss da hin. Das hätte ich gerne schon ganz. Äh. Ja. Ja. Ich glaube ja. So. Was fehlt. Was fehlt denn noch. Hallo. Alles fertig. 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 Moment. Wir kriegen das ja raus. Aufgaben. Badezimmer. Bin ich jetzt? Zimmer 6. Aha. Wo ist das? Fehlt mir da irgendwo ein. Ah. Wo ist das denn? Hier. Ah. Ich verstehe. Mhm. Okay. Ich verstehe diese neue Technik langsam. Frage ist. Wo passt es hin? Hier. Okay. Standard Lichtschalter. und das sollte es jetzt gewesen sein. Hat was noch? Gut. Und wie sagen wir erfüllen diese Aufgabe. Komm ich will aber den Lego ansehen. Das hat was. Hm. Cool. Wände helfen bei Konzentration. So. So. Boah. Hilfe. Ah. Das wird immer so ein bisschen lang, wenn ich das hier spiele. ne. Aber jetzt wo ich Katzen habe, bin ich ganz froh, dass ich das Ding hier wieder hab, ne. Ja. Äh. Äh. Apropos. Wo seid ihr? Warum? Ich möchte, dass die... Toll. Ich müsste Katzenklo nicht so machen. Du bist da drin. Hallo. Joau. Löhnungchen. Ja. Hai. Ab. орстus. Nicht so schlau, ne? Jo. Brava. Hm. Vielleicht auch ein bisschen hier das da. Guck mal. Hallo. Ja. Genau. Glitch durch die Wand. Und warum bist denn du jetzt durch die Wand geklitscht? Wo bist du? Katze? Klitschi? Oh oh. Ich habe Angst. Ah, da ist sie. Hallo, ja. Ja. Ja, er spielt nicht so toll. Und wo ist der andere? Wo bist du denn der andere? Bist du auch geklitscht? Klitschi? Hallo? Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Das ist Simba. Hallo, wo bist du denn? Hallo? Bist du rausgerannt? Das will ich nicht. Hallo? Ich habe zwei Katzen. Also. Das ist immer nur der eine. Der kratzt hier. Aber wo ist der andere? Ist der am Frössen? Ist der in diesem Raum? Ja. Hallo? Der wird auch mal gestreichelt. Belohnung geben. Der ist ja besser drinnen. Dann machen wir das Gewölle weg. Jawohl. Hatte gekotzt. Wo bist du jetzt hin? Hallo? Zumachen. Zumachen. Klitschi Katze. Da. Ich. Ja, komm mal her. Zack. Interagieren. Dann würde ich sagen, mit der Maus spielen. Guck mal her. Kannst du das? Ja, komm. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Ja, nicht so. Bist so. Ja, doch. Hat sie. Passt sie? Jo. Zack. Hat sie wieder. Und streicheln. Okay. Mhm. Mit Schumsock. Nee. Nee. Baloo ist ein Kater. Was ist mit Simba? Also unser Simba ist auch ein Kater. Ganz klar. Ups. Und das kenne ich halt, ne? Du bist die ständig am Suchen. Ich brauche ja noch ein zweites. Ja. Und der hier nervt jetzt auch gerade mich ein bisschen. Gucken wir nochmal. Haustiere. Was? Anlässe. Nein. Haustür. Katzen. Gibt es noch kleinere Katzenbetten? Nee. Dann nehmen wir das helle Katzenbett. Und das kommt dann zu mir. So. Okay. Trotzdem. Wo ist Katze 2 jetzt? Das ist immer noch Katze 1. Der geht in das alte Katzenbett. Wasser. Muss nachgefüllt werden. Und wo ist jetzt mein Simba? Also der echte Simba ist jetzt gerade am rumjaunzen. Aber. Ich mache mir jetzt doch tatsächlich Sorgen um virtuelle Katzen, ne? Bist du hier am Kacken? Ich kann ja nicht aufhören, bis der irgendwie da nochmal auftaucht, ne? Ist aber schon eine gute, gute, ähm... Gute Addition, dass ich selbst auch jetzt Haustiere habe. Aber wo? Ja, dich habe ich. Klar. Ähm. Der Graue nochmal, bitte. Ihr seid reine Haustiere. Und wie gesagt, das, was ihr ja im Hintergrund miauen hört, das ist der echte Simba. Der ist auch eine echte Nervensäge manchmal. Aber zum Glück bin ich jetzt hier im Prinzip fertig, auch wenn wir den Simba gerade im Moment nicht finden. Wo bist du? Wo bist du? Es macht mich ein bisschen Panik gerade, ne? Bist du geclitcht? Glitchy. Er ist nicht da. Er ist nicht in der Wohnung. Streichen würde ich mal, dann wird er vielleicht eifersüchtig und kommt auch. Ja. Ach, Simba, jetzt lass mich doch die zwei Minuten noch spielen. Hm. Ich such dich ja im Prinzip, also dein alter Ego. Ich kann mich ja nicht ducken, ne? Nee, der ist da nirgends. Naja, komm. Da ist er doch. Nee, das ist immer noch hier. Der ist jetzt in diesem. Der wird jetzt langsam noch etwas dominanter, ne? Und der andere ist nicht da. Ah, draußen, tatsächlich. Kommst du bitte mit? Ja. Komm bitte mit rein. Dann machen wir zu. Da kommst du. Was habe ich jetzt jetzt gemacht? Daher kommt, kommt, hier. Komm, ich heb dich hoch. Ja, ach, bist du ein Lieber. Ja, du auch. Und jetzt setze ich dich wieder hin. Mache die Tür zu. Sagt zu euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht's auf jeden Fall gut. Und, ciao, bis zum nächsten Mal.